So, da haben wir wieder ein nettes Plätzchen hier im Schwarzwald, wo wir jetzt angekommen sind, gefunden. Wir machen uns noch so eine leckere, kleine Snack-Baguette-Salami-Käse-Zeit. Bevor das Licht ausgeht. Genau, bevor das Licht ausgeht. Nach einer wunderbar erholsamen Nacht wachen wir morgens an diesem schönen Stellplatz auf und frühstücken erstmal, machen uns Knack- und Backbrötchen. Die waren echt lecker, es hat gut geklappt und wollen dann später uns auf den Weg machen, denn wir haben etwas Besonderes vor. Wir wollen wandern gehen und unseren ersten Klettersteig besteigen. So, jetzt stehen wir hier im Schwarzwald und wollen hier ein bisschen wandern gehen. Wir stehen hier auf so einem Parkplatz und wir haben Granatenwetter. Aber so ist es. So. Gehen wir jetzt hierher. So, wo sind wir? Genau. Am Schluchtsee. Hier vorne sieht nicht so schön aus. Nee. Ne? Und natürlich, weil gestern der Feiertag war, sind mit uns 300 Millionen andere Leute unterwegs. Ich übertreibe mal wieder, wie immer. Ne? Alles gut. Ach nix. Alles gut. So, dann gehen wir hier weiter. Hier blitzt immer mal wieder der See durch. Ach, bei schönem Wetter ist eigentlich, macht eigentlich fast alles Spaß, ne? Ja. Ich hoffe, wir werden jetzt enttäuscht. Und das gibt es hier nicht. Tja, da bin ich mal gespannt. Wir suchen nämlich was. Ich sag aber noch nicht, was wir suchen. Weil wir nämlich nicht wissen, ob wir was finden. So, jetzt laden wir mal wieder zurück. Das war wohl der falsche Weg. Jetzt gucken wir mal, ob es in die Richtung zum richtigen Weg geht. Wir suchen den Katharinenflug. So heißt das irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Mal schauen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ich mach so was normalerweise nicht, weil hier eine Kette ist. Aber wahrscheinlich damit hier keiner parkt, nehme ich mal an. Ne? Und darf man langlaufen? Langlaufen darf man hier. Da soll nur keiner parken. Weil wir haben uns sagen lassen, man kann sogar die Staubmauer mit dem Auto entlang fahren. Gut. Ob man das jetzt unbedingt muss, ist so die andere Sache. Auf jeden Fall geht es hier schon mal schön steil bergauf. Was ist es, dass die Tür nicht rauskommt? oh. Was ist das? Was ist das? Wir brauchen die Wasser hinzunehmen. Was ist das, was die Wasser zu fangen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir brauchen die Straße nicht! Das ist das. Das heißt. Das ist das. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist jetzt unser erster Klettersteig und ich bin jetzt ein paar Meter vorgeklettert Und Petra ist jetzt unterwegs Ja, ich habe extra ein bisschen gewartet Und gut, irgendwann muss man ja anfangen, wenn man darauf Bock hat Man muss es wenigstens mal ausprobieren und danach kann man immer noch sagen, das war nichts oder das ist was Also gesichert ist man gut Man hat ja diese zwei Karabiner, die man immer vor sich einhängen muss Es müssen immer alle beide drin sein, man hängt dann um So wie ich jetzt? Ja Ja, ich habe es leider nicht drauf richtig, weil da so ein Ästchen ist Ist egal, vielleicht kann ich das da gleich nochmal zeigen Und ja, jetzt sind wir das erste Stückchen hoch und jetzt gibt es kein Zurück mehr Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020